Andere Approach die Runde. Nicht immer alleine rumlaufen. Ja, muss mich saven können. Evi rum. Evi ist der Wurwirt. Eli Gella? Ich gib zu, ich hab den Eldos gemacht. Mir nicht gemerkt, wo ich lang gelaufen bin, wer mir entgegengelaufen ist. Ich hab ne Frage an dich, Eli Gella. Wie bist du aus Elektrik rausgekommen? Weil du standst am Vent, war es nicht mehr drin. Was? Die Leiche ist im Mad Bay. Wie? Redi? Aber man kann doch von, das ist ja ganz krass, weil man kann ja von Elektrik nach Vent, also rüberwenden nach Dings. Erzähl mal, Redi, erzähl mal. Ja, weil er stand halt im, also ich war halt Elektrik drin und er stand auf dem Vent und hat es so getan, als würde er Dings fixen, ein Kabel. Und dann ist er vielleicht rübergewendet in Elektrik. Ehi? Ich weiß nicht. Das ist smart, also ganz gut. Ich, Eli, du hast vergessen, was du grad gemacht hast, willst du mir sagen. Eli, erklär jetzt. Oh, Eli? Wenn ihr mich mal ausreden würdet! Ja. Ich lass mich nicht von den Level 2 Typen sagen, dass ich wende, um ein Kick zu machen. Äh, ihr dumm? Wie meinst du mit Level 2? 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 Er meint nicht, er ist sauer. Könnte das sein, dass Eli gewendet ist und dann nochmal rübergegangen ist? Ich hab halt in Elektrik gestanden und Eli war auf einmal gone und er ist nicht rausgegangen durch die Tür. Aber kann man schon mal auf den Schimmer halten? Kann niemand kriegen einen rausnehmen? Nee, ich skip, ich skip noch, ich skip noch. Aber Eli, Teller auf den Schimmer halten! Den Stecker ist ein Mock aus Berlin! Die Runde habt ihr einfach an die Wand gefahren. Ihr habt wertvoll... Was? Wir? Na gut, okay. Ja! Ihr, was? Ihr beschäftigt euch mit mir, Digga. Ihr habt gar keinen Plan. Ja. Okay. Ich mach doch keinen Wendung. Ich hab nicht auf den Schirm. Also, Revi muss leben und Eli muss leben, Chat. Weil Eli kann man dann auch immer einen in die Schuhe schieben. Ich muss mir noch ein paar Freunde schaffen. So, wir können aber vielleicht gleich mal Dings hier machen. Gucken. Keine, keine machen den Kill, keine machen den Kill. Ah, ich hätte den safe gehen können, aber da war jemand. Ah, Mo wieder hier auch. Wir hatten. Ah, Eli muss leben, stimmt. Ich lauf hier rum wie Falschgeld. Das größte Falschgeld lauf ich hier rum. Koray. Ah, das ist Kuba. Achso. Das größte Falschgeld. Und ich drehe jetzt komplett, Digga. Warum Supportage? Was denn? Äh, Koray. Bruder, ich lauf hier rum wie Falschgeld. Das Ding ist durch. Ich lass los. Ich lass los. Ich lass los. Falschgeld. Ich bin das größte Falschgeld. Oh mein Goooooooood. Manege Freichat. Ach du Scheiße. Ich wollte hier einsperren. Reifte is over. Chat is over. Wir lassen los. Bruder, ich lauf hier rum wie... Bruder. Ich sage das Ding, wo ich heute keine... Oh. Alter. Halt und rechts. Wo wurde er gefunden? Leiche is security. Mir ist gerade Alien Cafeteria entgegen gekommen und äh... Ja, aber mal gucken, ob du ein bisschen guter Crewman bist, Willi. Ich kam nämlich. Ja, ne, Eli ist es nicht. 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 Eli war bei mir die ganze Zeit, aber wer auch die ganze Zeit dort war, war äh... Dribbeln. Ja, genau. Schön, Kuba, dass du den Namen gerade im Mund nimmst, weil ich sehe den Dribbler sehr relativ viel Dribbeln und wenig Tasks mache. Ja, das ist weird. Der läuft nämlich auch. Ja, kann ich euch auch sagen, warum? Es dauert jetzt so ein bisschen. Warum? Ich hab das Gefühl, dass Tasks irgendwie da wirzeln, Mann. Immer wenn ich Tasks mache, ich bekomm nix mit. Irgendjemand stirbt irgendwo, ich hab keine Infos und kann nicht mitreden. Wie viele Tasks hast du noch? Ich hab noch, glaube ich, vier oder so. Okay, jetzt hab ich jetzt den Call an alle Crewmates. Rennt einfach straight zu euren Tasks, dann tappen die das dann. Ich bin schon fertig. Ich bin fertig. Ich werde jetzt Camps reingehen. Jeder rennt jetzt straight zu seiner Tasks hin. Es ist ja wirklich nicht mal gelogen. Scheiß-Imposter, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist ja nicht mal gelogen. Ich muss killen jetzt. Ich muss loslassen. Wir müssen lernen, loszulassen. Vielleicht kann man über dem Move gewinnen. Oh, warte. Oh, ich kann nicht. Oh, Willi. Wirklich ihr Stinker. So, ich hab's. Ich hab's. Okay. Ich hab' ne Idee. Es ist nur ne Idee, okay? Ich hab' die gefunden vor Electrical. Lights wurde gerade sabotiert. Ich war grad die ganze Zeit mit Kubaya in Camps. Und Koray. Mit Koray. Ne, mit Kuba war ich. Oder? Ne, mit Koray war ich in Camps. Mit Koray war ich in Camps. Mit Koray war ich in Camps. Stimmt. Mit Koray war ich in Camps. Mit Koray war ich in Camps. Genau. Ich bin immer wieder raus und reingeskippt. Und irgendwann warst du weg. Wo warst du? Wo bist du hingelaufen? Wolltest du fixen? Ne, ne. Ich bin ganz am Ende. Also wirklich. Ich bin rausgegangen gerade. Ich war gerade oben beim Mad Bay Gang. Ich bin nach oben gerannt. Jetzt zu deiner Frage auch. Wo wolltest du hin? Nach rechts zu Weapons. Eli habe ich gesehen, dass er bei Navigation hochgerannt ist. Und dann kam später jemand dazu. Ich glaub, es war lila. Wer ist lila? Dribbeln, glaub ich. Hallo? Der kam nicht zurück. Und der kam nicht zurück. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob da alles im Lot ist. Ich wollte nur rüber, aber dann kam schon ein Ding. Ich hab angemeldet. Ich hab angemeldet. Wir haben verkackt. Wir müssen jetzt alle auf denselben gehen. Das wisst ihr, ne? Ich glaub, drüben. Hast du Dribbeln reinlaufen sehen? In Admin? Äh, nein. Also er war die ganze Zeit in Admin drin. Ich hab unten... Jungs, 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 Jungs. Wenn wir uns schützen. Jungs, Jungs. Bitte. Bitte. Was? Digga. Wir müssen jetzt alle auf den Weg gehen. Aber ist das nicht der einzige Punkt, den wir haben? Ist nicht Eli der einzige Punkt, den wir haben? Ich will Danny. Dann bist du... Der ist doch der einzige, der das Hass war am Anfang. Hä? Der war auch der einzige, der das Hass war. Ich will auch Eli Jello. Der wäre viel aggressiver jetzt. Der wäre viel aggressiver jetzt. Aber du bist doch die einzige Info, Eli, die wir hatten. Ja, Jungs, ihr habt verloren. Ihr seid Schwänze. Ihr habt verloren. Mo und Danny. Hey, Digga. Nein, ist gut. Hey, Jungs. Jungs, ist gut. Er labert. Er labert. Gott, Digga. Ist das gut. Du brauchst nicht ab, Stinker. Wir finden es Zeit. Hat er den Kill gemacht? Ah, Jungs. Ja, Jungs. Jetzt hab ich geboot. Eih! Eih! Jamar! Eih! 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 Die Eih! Ich hab grad die ganze Zeit gesagt, es ist Dribbeln, und dann ist aber rumgeschrieben worden, Leute sind auf Eli, war lost, war dumm. Und gerade hat Mo, Digga, hat gerade so reingetrollt bei Leitz und ich wollte sofort Emergency Meeting, Schleuse zu, war verkackt, Digga, machst du nichts. Allein ich schon, als sie gesagt hatte, ja, ich guck nur ein bisschen rum, ich mach meine Taschen nicht, das darf eigentlich schon direkt... Aber ist true, aber ist true, ist aber true. Ja, bin ich zu viel, aber vom Dinger, ich mach jetzt ernst so, ich probier echt, wie das hast du gemacht. Ja, ich glaub dir, ich glaub dir, aber, aber ich hab dich einmal beobachtet, du bist einfach von kurzen Atmen reingelaufen, mit Mo wieder raus, dann bist du zu mir gelaufen, da hast du bei mir reingeschaut, bist wieder rübergeraufen. Du hattest nicht einmal einen festen Weg, wo du so länger in einen Raum warst, weißt du? Boah, ich war so ein Wirt, ich war so ein Urwirt, ich hab so gewertet. Habt ihr den Gestack wahrgenommen, Chat? Ja, ich war so ein Wirt, 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 ich war so ein Wirt. Bis zum nächsten Mal.